Hallo Marius! Willkommen hier in Strockland Manitoba. Erstens will ich sagen sehr dank sein für alle die Comments, die die mir geschickt haben. Von guten Gehirn. Das reicht sehr viel, das geht mir schon in der Rolle lesen. Von daher will ich etwas merken. Für Eten. Das nennt sich Chimichangas. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich werde es so abholen. Das ist das. Das ist Chimichangas. Und das nennt sich Chimichangas. Das ist eine viel verschiedene Geschichte. In Tucson, Arizona. Da wir in Mexikonien waren. Da haben wir einen Restaurant genannt. Der Charro. Und da haben wir Burritos verkauft. Ich weiß nicht, was Burritos sind. Und da feld ich da ein. Dann feld ich da ein an heute die Fahrt nennen. Und da wird er ganz etwas schlachtet sein. Dann sagt er, Tchiiiiii. Und dann sind da was Kinder. Und dann feld ich etwas schlachtet sein. Und er sagt er, Tchiiiiiii. Chimichanga Kae is about half and that's what I thought about Chimichanga so that's what I thought about and what I thought about I thought about a few of my things that I thought about flies but it's too Hello now I'm over here to the river I thought I thought about a lot of them and I thought about und ich lasse das, was von der Zäuerführende die letzte Früchte waren, was von Halt ich bräuchte ja, auch Ekenhalt, das was ich bräuchte im Fleischbaden ja, wir wollen jemanden ein bisschen lühren, aber wenn ich fähne Kuhle sind, dann wollen wir Fleisch ableiten ja, ich lasse die Arbeiter, die auf der Zäuerführende Arbeite da in der Firma machen das ist gewöhnlich so ein Arbeiter, wo einer sagt Schäck in den Zäuerführende aber ja, Dankeschön Well, hallo, jetzt habe ich Ihnen kurz wiesen, was von dir alles gebrochen ist zum Chimichangas merken da brauche ich das Echt da, aber das, was ich von dir habe, ich habe noch nie gemerkt und jetzt werde ich wissen, was ich alles gebrochen habe hier habe ich Krush Pepper, ich habe einen Grovenpeper, den habe ich Zäuerführende hier habe ich ein bisschen Olivenoil hier habe ich ein bisschen Olivenoil 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 und hier haben wir Jalapenos und du hast noch Witte Zippeln äh, dann noch hier Guacamole und Pico de Gallo Mjörken, Salsa und du hast Fleisch, du hast nicht so ein extra die, das Fleisch das ist ja auch hier, aber das ist bloß von den Rost äh, ich habe das bloß Delaing geschnitten nicht, äh gegen Ewa, ich habe das bloß Delaing geschnitten da hat er mit Zupp geblüft und dann habe ich das, äh, weggekühlt das war ja wohl eine Schlange dort kühlen ganz weggekühlt, mit einem Fleischhummer dann hier habe ich dann noch eine kleine Dostchen Süderschmond und sie gleich noch mit Süderschmond dort und hier habe ich noch eine rote bleibe Zippel dann habe ich meine, äh, Guacamole und hier habe ich dann noch, was sie nennen Cilantro oder Koriander und äh, da habe ich dann gedreht äh, Cilantro und dann, dort brauche ich dann diesen Ries das ist nicht, äh mexikanische Fried Reis ich habe eine schwere, das ist ein schrecklich gauder Kierke das kannst du nicht mehr und dieser Ries, äh wenn ich da kierke, sie weiß mir dort dann die zwei Köffel Ries äh, feier Köffel Wutter und ein Lepel gauder Lepel voll so ein so ein Pulver ist das das Beef Bullion äh, wir können das hier nicht mexikanische Stuh aber wir können immer auf eine Städte sein und auch in Mexikan du wirst ja das alle wieder haben, das wird herkommen das ist von äh, Rindspulver von Beef äh, Wacka und hier habe ich dann noch ein paar Bell Peppers, kleine Pepperschoten und was Backeljahn und hier noch was Avocatis und hier habe ich dann noch eine Citrone und äh hier habe ich dann noch Tartillas und äh, du sagst, wo ich von dir auch gekauft Tartillas habe, das ist ein Däner die rollen sich später ab der wird auch seltsam gemerkt hat ich schmecken schein auch aber für so ein Städte ich konnte nicht so Däner rollen mit meinen Rollhaut und ich glaube, dass alles wird als Niedelswort fehlen wir lernen bloß bei vier Wort rein sein äh, ich will hier noch einmal ja, und das ist ein Ries ich habe mein Schwester und ich äh, ich habe den Zylantremang oder Patacel und das ist auch eigentlich für mich aber ja, das ist ein Ries das schmeckt grölig schein es gibt auch Burritos und Schäuble und, äh, und dann war ich dann auch da, wenn ich ein einziges Mal habe Hohensbrot, ich habe ein Klaps, ich brot oder irgendwas, dann steht es schon, dann liegt es in der Riesse, und dann haben wir jetzt ein bisschen aufhören, die schmarrn wird überschrauben, dort schmeckt blaues, grüneschein, und ein Ding, ich will nachher für jeden zu sein, dort erst, wir haben zwei noch, Riedfried Beans fehlten, und ich hatte die Rutz geholt, hier habe ich noch ein Glas Schäubeln, die werden hier nicht über Schäubeln ernten, und da werden wir nachher Riedfried Beans vermerken, und da werden wir uns die Chimichangas merken, ja, dank schein, du kannst hier sein, wie das laut ist, und das ist nicht perfekt, das ist echt die Videos merken, aber dann habe ich eine Idee, wo das hier in den Strücklohn noch mal für geht.